So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Walking Dead Season 2. Wir sind in der letzten Episode und in der letzten Folge hatten wir ein kleines Gespräch mit Kenny und es sieht ganz so aus, als würden wir uns Richtung Wellington aufmachen. Kenny hat sich ein bisschen verändert, er agiert immer mehr so ein bisschen wie Carver, er ist sehr einschüchtern und sehr aufbrausend und mal gucken, was sich jetzt noch so ergeben wird. Aber wir fangen direkt wieder an, es geht weiter. So, ich hoffe, er hat beim letzten Mal noch gespeichert, ich hoffe nicht, dass ich zu früh gestoppt habe, aber ich schätze mal, das dürfte kein Problem sein. Ja, sieht gut aus. Okay, also wir sind in einem Auto oder, nee, warte mal, es wackelt nicht, wir sind nicht im Auto. Irgendwas rauscht. Was ist das? Hä? Was knallt da gegen das Fenster? Träumen wir? Nee, der Traum ist das nicht. Ach, das ist ein... Hä? Das Seil, okay. Was ist los? Was machen Mike und... Oh, das ist Avon und Mike. Sie sind da! Easy. Easy now. Steck zurück. Ich wohne, dass ich den Wagen klauen. Shit. Was geht hier ab? Clem. Was zur Hölle? Jetzt, schau es runter, okay? Keiner anderen muss sich involviert werden. Lass uns. Lass uns über das sprechen, Mike. Es gibt nichts, was über das sprechen. Sie haben Angst vor, vor Kenny. Okay. Wer? Kenny? Clem, verdammt, wir haben nicht Zeit für das. Boney, warum tust du das? Was soll das? Just be quiet, Clem, bitte. Warum du bei Mike verstehst und bei dem... Bei Avon verstehst du auch, aber... Ja, wir werden nicht schießen, also... Töten wir sie nicht. Es lief so gut zwischen uns allen und jetzt müsst ihr das ruinieren. Just give me the gun, Clem. Warum tut ihr das? I'm not gonna hurt you. Ups, nein. Easy. Ich werde sie auf keinen Fall töten. Here we go. Here we go. Na ja. What the fuck? It's fine. Ja, war's nicht, das war der Puste. Shit. Oh my God, Clem, Clem! Johnny, wir müssen gehen. Don't touch me! I'm... I'm so sorry, I... I didn't mean, for this to happen. Oh my God, Clem. What the fuck are you doing? Shit, das geht ja wieder richtig gut los. Oh Gott, dafür wird der büßen. Dafür wird der sowas von büßen. Und ich gebe ihm auch noch die Waffe. Oh pff, das war so klar, ey. Ihr sagt mal vorher, niemandem zu trauen ist das Beste. What the fuck? Lee! Hä? Hä? Was jetzt? Wie? Was? War alles Traum? Hä? Lee? It's just a bad thing, 3P. Das ist nicht deren Ernst. Was war das denn? Duck? Er ist... ... ... ... ... Hä? Er wird sterben. Ich weiß es. Du wirst das nicht wissen. So sah keine Ahnung früher aus. Ohne Bart. Da hinten ist Duck. Nee, Duck ist sein Sohn. Entschuldigung. Duck ist der Rechte. Warum? Ich hab ihn ein Lachen, Baby. Wenn ich den Bug in seinem Pillow sah. Oh, das ist okay, Honey. Du bist ein Traum. What? Was? Was zur Helle? Was träumt mir jetzt gerade? Hm? Warum hat Lilly das zu Carly gemacht? Ich weiß nicht. Ach so. Sie war schade, Clem. Ich kann Menschen manchmal schmerzen. Das ist eine schade Grund. Sie sind richtig. Sie sind richtig. Clem, Menschen immer nicht immer Sinn machen. Warum? Weil Schade Dinge passieren für alle. Und es ist schwer, sich selbst zu sein, nachdem sie tun. Du denkst, dass wir die Lilly sollten bleiben? ok kurze erklärung lilly hat wollte den wagen klauen und hat irgendwie erschossen ich weiß nicht mehr genau wen aber sie hat uns verarscht sozusagen und wir haben sie quasi und wir haben sie gehen lassen soweit ich erinnere ja aber part of growing up is doing what's best for the people you care about even if sometimes that means hurting someone else i don't want to hurt anyone it's not that easy i'm scared lee what can i tell you to make it better ok 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 ich weiß gerade ich weiß gerade nicht ob oh mein gott das jetzt der traum ist oder das wäre mal so richtig krass was ist jetzt der traum was ist wirklichkeit ich krieg ohne scheiß geht krise das geht hier weiter hä wir sind wieder hier wir sind wieder hier ok 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 also war das jetzt ein traum alles klar durch die schulter durch oh Oh, es ist Bonnie! Please, stop arguing. She's the one that's going off. Because you won't listen to a thing I'm saying. What's that? You're talking into my bad ears, sweetheart. Jackass. Oh, I still can't hear you. Look, even if there is some place up here, it could take us weeks to find it. We could get back to Howe's in a day. Tell you what, we can turn around just as soon as you pry this wheel from a cold, dead fingers. How's that sound? Whatever. I give up. Get your feet off the dash. Let's play a game, Clem. I spy with my little eye an asshole. Your turn. Grow up. Go to hell. I'll pull this fucking car open. Go ahead. You wanna die out here? Better than waiting to die next to you. Leave him alone, Jane. No, Clem, it's fine. Let her run her mouth. I am done playing games with you, Jane. Fuck you. You don't know a damn thing about me. Oh, I know exactly what you are. Hey, if you're right. Nobody cares about you. And you don't care about nobody but yourself. That makes you nothing. What is it with you? It's your family, right? Don't. It is, isn't it? I'm warning you, you little shit. You're just another type A asshole trying to save a bunch of dead people. Shut up. Both of you. Stay out of this, Clem. Don't tell her what to do. You listen to me. You mouth off about my family and I will fucking end you. Jesus Christ, I'm so sick of this wounded warrior crap. Just pull over. I can't take this. What? Running away again? What a fucking shocker. In the end, still only care about yourself, right? And where were you when Sarita died, Kenny? Huh? Where were you? I was there. I couldn't... Goddamn you, I loved that woman! Who could love you? Look at you. You can't raise this kid. It's scared to death of you. This is crazy. Someone here is crazy, but it ain't me. You know the thing about people like you, Kenny? You're just a bomb waiting to go off. Everyone talks about you behind your back because they're afraid of you. That ain't true. Mike? Bonnie? Sarita? Fucking liar, that ain't true! Everyone around you knows that sooner or later, they're gonna end up dead. Sarita knew it, I know it, and so does Clementine. I told you not to talk about my family. Fuck you! You fucking piece of shit! Go to hell, you son of a bitch! Fuck. Okay, krass. You okay? I'm fine. How's AJ? He's fine. You sure? Yes. Clem, you alright? Yeah. Kenny, I'm... Wait, hold on. Go around. One of them might have Diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice. When I holler, it's okay. Drive up closer. If anything happens, I'll try to meet you there. Alright? If you're going, go now. Kenny! Oh. Sie übertreibt das ein bisschen, genau. Clem. We could leave. Right now. Are you serious? What about AJ? Look, I know you're close to him, but... Kenny would never leave. This is our chance, Clem. Don't you ever want to know, what it's like to live your own life? Was das ein Schuss? It's snowing. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck. Get us out of here. I don't know how to drive. See that pedal on the floor? Step on it. I can't drive. Don't just sit there. Doom. Where's Kenny? Get out of here. The door is locked. Shit. Shit. There are more of them. Move. Come. Go, 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 go. Scheiße, I forgot to drücken. Get out. Hurry. Oh man. Wo ist der Rest? Wir können kaum wen erkennen. Jane. Jane, wait. Wir haben den überfahren. Stimmt ja. Tritt ihm ins Fies. Nein, die schießen. Okay, gut. Da kann man es auch machen. Oh scheiße. Wir wieder allein. Wir wieder allein, allein. Und sie ist weg. Weg. Waaat? 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 Oh mein Gott. Es ist kalt. Wir sind alleine. Fast hier beim ersten Mal. Nur ist es nicht kalt war. Wir müssen nicht unbedingt schießen. Eben und die Patron auch. Auf jeden Fall. Wir hätten schießen können, aber es macht keinen Sinn. Waaat? 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 und so. What the fuck? Sind wir gestolpert? Hat uns was gepackt und sind gestolpert? Okay, weiter. Oh shit. Das muss kalt sein. Okay. Wir versuchen nichts zum Sommi zu laufen. Ich sehe gar nichts. Es ist einfach nur weiß. Oh man. aber ich denke es ist besser als stehen bleiben wir geschossen hätte uns garantiert irgendwas gepackt also spätestens das geräusch hätte uns verraten und das wäre nicht so geil gewesen was ist das ein spielplatz ich sehe nichts ich weiß nicht drauf ich zeige wir sollten da mal reingehen ist ein haus es ist ein haus ich hoffe dass niemand drinnen rest stop okay wir haben es geschafft okay das jedoch aber es ist ohne den baby ihr arm ihr hand was you saying no no Was hat sie getan? Hä? Was meint sie damit? Ich habe keine Ahnung, worum sie redet. Was hat sie getan? Kenny, calm down. Don't do anything stupid. Get out of my way. Kenny? How could you kill a fucking child? I didn't kill him. It was an accident, Kenny. I won't back down from you, Kenny. Shut up! Kenny, let her talk. I'm done talking, Clem. Was ist mit Kenny los? Ich weiß nicht. Warum tut er das? Don't you come near me, you son of a bitch. What the fuck? Fuck you! Fuck you! Stop! Please! Let... Go! Chain! Castle! Shit! Shit! Oh my god! Oh my god! This is all your fucking fault! What the fuck? Just go! I ain't going nowhere! Fucking psycho! This is on you! Go! Run! What the fuck? Please! Move! I'll fucking kill you! I'll fucking kill you! Ah! 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 Listen to me! Get her off! Ah! 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 das sollten wir nicht aber er ist durchgedreht er ist einfach durchgedreht okay ja das ist ja nicht was er gesehen hat shit kenny warum hast du das getan klang you made the right choice i let you down i let everyone down no no you did what you had to you don't ever have to apologize for that we almost made it we were close weren't we i thought i wanted this asked for it so many times now that it's happening i'm scared i'm afraid glenn it's okay kenny you're you're going to see katcha and duck you're going to see them again oh you're always good for a smile es lebt noch was zur hölle sie ist tot wieso hat er das getan wieso hat er sie angegriffen ich verstehe gar nichts mehr wollte er einfach durch sterben aj lebt oh my god are you okay he's alive i understand if you're upset aj was never in any danger i was just going to try to talk you into coming with me i just thought if you saw kenny like that you'd know we'd have to leave him look clem i'm sorry i didn't think kenny would go that far i don't understand kenny was dangerous and i needed you to see that one way or another what are you saying i had to do it clem you saw how he reacted i had to show you what he was capable of it was a stupid i should never have lied to you but i thought it was the only way you'd see oh my god kenny you have to forgive me please we can just leave all this behind us please please i did it for you clem for us i forgive you jane thank you thank you thank you clem you were right about kenny all along you knew what he was gonna do it's over now let's just oh das ist krass das ist so krass also alleine bleiben wollte ich nicht nicht mit dem baby daher es ist wohl besser zusammen zu bleiben auch wenn es eigentlich gegen meine entscheidung ist oh shit oh shit das war mal krass geht es noch weiter ich bin nicht sicher jetzt für alleine es geht weiter es geht weiter es geht weiter nein der ist jeder okay wo gehen wir hin wo sie wir hin gehen sie wollte richtung den gehen richtig genau zurück zu dem genau kann sie mal schon hier kommen waa heftisch jeser 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 Ich glaube, es ist mal wieder eine Zeit, neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, es hilft, es hilft, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Sie haben ein Kind bei sich, also ich würde jetzt nicht sagen. Bitte, wir werden hier sterben. Komm in. Danke. Auf der Seite. Geile Sache. Es geht weiter. Ich glaube, die werden sich hier nicht allzu wohlfühlen. Ich bin Patricia. Ich bin Patricia. Ich bin Patricia. Danke, Jane. Danke. 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 Danke gut. beschützt. Okay, wir und 33% haben versucht, Luke vom Eis zu retten. Ask to leave Mike. Okay, wir und 80,9% fragten nicht, also haben nicht sind nicht mit Mike gegangen. Wir und 50,9% haben auf Kenny geschossen. Und 31,4% haben Ende mit Jane und der Familie zusammengeblieben. Okay, krass. Da gibt es also noch ein anderes Ende. Man hätte vielleicht noch mit wem anders zusammenbleiben können. Mit Kenny vielleicht, wer weiß. Tja, war ziemlich geil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Als nächstes werde ich die, oder ich wahrscheinlich, wenn ihr das seht, dann bin ich schon längst am zocken, und zwar die dritte Staffel. Ja, wenn sie nicht auf dem Kanal sein sollte, schaut sie euch an. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn es euch super gefallen hat. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020